yo was geht ab leute willkommen zu einem weiteren video von mir und zwar war ufo mit seinem signing datalove in portugal und zwar haben die höchstwahrscheinlich für ein video oder für mehrere videos ich weiß nicht ein video gedreht auf jeden fall das auf dem auf diesem schiff da das war auf jeden fall im dreh für ein video waren musik video drehen also ich denke das wird höchstwahrscheinlich zu nicht mehr zum wave album gehören sondern wird ein video für für datalove sein album ich kann es euch nicht sagen aber ich vermute es und wir schauen mal kurz hier in das video rein also eins muss ich schon sagen das sieht ja grotten hässlich aus also mit 15 ich weiß nicht schreibt mir in die kommentare ob ihr mit 15 so aus hat ich denke nicht also guckt mal den an scheiße naja aber wenn die musik passt das ist schmecken broski ja also wie gesagt das ist der video sondern zur zusammenfassung aus den stories von von ufo gewesen wie gesagt die haben musikvideo gedreht warten wir mal ab was kommt wie gesagt viele songs vom album von datalove wurden schon gelegt davon gibt es weitere videos auf meinem kanal könnt ihr euch reinziehen wenn ihr wollt ich zeige nicht zu viel davon denn sonst werden die videos gesperrt aber ihr könnt mal rein schnuppern wie gesagt wenn das video gefallen hat lasst auf jeden fall ein like da schreibt mal in die kommentare was ihr von datalove haltet und ja dann würde ich sagen sehen wir uns im nächsten video peace